Hallo, willkommen bei Macho Muchacho. Ihr fragt euch sicher, warum bin ich heute so ruhig und warum bin ich so angezogen? Weil wir heute über ein Kapitel sprechen, das weggeht von der Sprache, obwohl wir darüber sprechen. Wir nehmen den Stil heute in Angriff. Stil ist ganz wichtig und deshalb möchte ich euch anhand von Beispielen erklären, worauf es ankommt. Zuerst einmal, wie ihr schon gesehen habt, die Sonnenbrille macht sofort einen coolen Typen aus dir. Ich brauche sie nicht, deshalb gebe ich sie weg. Dankeschön, übrigens, ich habe heute eine Assistentin, sie heißt Franzi. Kleinen Applaus da draußen. Ist genug, danke. So, der Oberteil ist Hausmann, Gentleman, sagt ein bisschen, man ist ruhig. Das wollen die Frauen hin und wieder, hin und wieder, sage ich, das ist ganz wichtig. So, als nächstes, man beachte auch den Stoff, ist angenehm zu greifen. Denn Frauen sind auch Gefühlsmenschen, ihr wisst das, ihr wisst das. So, das nächste ist etwas, danke schön, ist etwas bunter, damit wir zeigen, wir sind kreativ und kennen auch mehr als nur rot oder blau. Zum Beispiel diese Farbe. Das ist, ist egal. Als nächstes kommt eine kleine Überraschung. Ihr seht es schon ein wenig, das ist ein blau-weißer Streifen. Eine, no, ist da noch eine Knopf? Eine Matrosenshirt, weil Matrosen sind verwegen und auch romantisch und so weiter. Und das wollen die Frauen natürlich auch. Dann, na, was soll's, weg mit der Shirt. Weil die Frauen wollen natürlich auch einen scharfen Körper haben. Dann, jetzt die Tarnhose zeigte, Soldat, männlich, brutal, vielleicht nicht, aber zumindest männlich und so weiter, das wollen die Frauen auch. Und jetzt aufgepasst, ganz wichtige Lektion, Kunst. Vielleicht habe ich Ballet gemacht, wer weiß, vielleicht auch nicht, ist es einfach nur kalt in der Gegend, keine Ahnung. Aber das, was ich euch hier zeige, Socken mit dem Namen drauf. Wichtig ist, dass ihr einen Wochentag draufsteht, weil das zeigt, ich bin organisiert, ich interessiere mich für andere von der Welt und nicht nur für mich. Oder auch nicht. So, weg mit der Hose und jetzt die größte Überraschung. Happy New Year. Ich frage euch, was soll das bedeuten? Weil, klotzen statt kleckern, mit mir beginnt ein neues Zeitalter. Die Flip Flops habe ich vergessen. Die sagen nicht nur aus, ich kann aufs Bade gehen und so weiter, sondern, ich bin der Sunny Boy. Das Surfen, Sonne ist dran. Die ganze romantische Gefühle und Erinnerungen oder Fantasien, die da loskommen bei den Frauen. Wer weiß, was die denken. Jedenfalls, Flip Flops sind immer wichtig. Und ich sage euch, zieht euch warm an. Bis zum nächsten Mal, denn es ist kalt draußen. Ich meine die soziale Kälte, es ist wirklich schrecklich. Aber das passt nicht sehr real. Bis zum nächsten Mal bei Macho Muchacho. Olé!